Mike Heiter und Kim Virginia Hartung sollen nach dem Dschungelcamp-Finale eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Hatten Mike Kim nach dem Dschungelcamp Sex in Australien? Das Verhältnis zwischen Mike Heiter, 31, und Kim Virginia Hartung, 28, ist komplex. Vor dem Dschungelcamp-Einzug schlossen beide nicht. Dass es nach ihrem Sex bei Are Uderon erneut ein gemeinsames Schäferstündchen geben könnte, die Lust schlug jedoch schnell in Frust um. Kim redete permanent auf ihren Verflossenen ein, warf mit Anschuldigungen und Beleidigungen um sich, während dieser Stück für Stück Leila Lahua, 27, näher kam. Auch beim Wiedersehen am Sonntag stellte Mike noch einmal klar, dass er Kim nichts mehr zu sagen habe. Doch nun die überraschende Wende. Zwischen den beiden soll in der letzten Nacht in Australien etwas gelaufen sein. Das deutet nun jedenfalls Kim an. Mike soll vor Kims Hotelzimmer Tür gestanden haben. Eigentlich erzählte Kim gerade erst, dass sie einen australischen Security-Mitarbeiter datet. Den sie während der Dschungelcamp-Dreharbeiten kennengelernt haben will. Auf ihren neuen Flirt am Flughafen angesprochen. Antwortet das Reality-TV-Sternchen gegenüber RTL überraschend. Man hat keinen Mann kennengelernt. Man hat einen aufgewärmt. Auf die Nachfrage, ob sie bei Mike übernachtet habe, meint sie lachend. Mal gucken. Ich halte noch den Mund mit Mike und mir geht es holprig weiter, würde ich sagen. Nicht heiter, aber wolkig. Haben Kim und Mike sich nach ihrem Dschungelcamp-Zoff also tatsächlich wieder zusammen ins Bett verriert? 24 Tim, 23, erzählt. Ich weiß tatsächlich alles, also everything, ob da was war, ob da nichts war. Cora Schumacher, 47, hingehen wurde da schon deutlicher. Ich habe zwei Versionen gehört. Die eine Version ist, dass er an ihrer Tür war wohl und dann wurde er nach Hause geschickt. Und die andere Version behalte ich wohl mal besser für mich. Krass. Und was sagt Mike zu der angeblichen Wilden Nacht? Da erzählt die wieder irgendeinen Quatsch. Ich hab nicht mal ein Wort mit der gewechselt, betont er.